Also die Arbeitszeiten bei Hauby sind ein Wahnsinn. Wenn ich Frühdienst habe, bin ich meistens um zwei, drei Jahre daheim. Beim Spätdienst siebene, halbe, acht, spätestens im Sommer. Ich habe noch Zeit mit der Familie, Zeit für meinen Freund, Zeit für mich. Warum ich in der Gastro gerne arbeite, ist, dass ich viel mit Menschen zu tun habe. Weil ich weiß, dass ich etwas erreichen kann und ich mag das eigentlich lieben gern. Mein größtes Highlight ist eigentlich nur dann, wenn ich einen Cappuccino zum Beispiel mache, also das Muster zusammengekommen und alles. Natürlich gehört das auch dazu, dass du wirklich mit einer anderen Arbeiten gehst. Du sagst ja, du freust dich auf die Arbeit, auch mit den Kollegen, dass das alles passt. Also meine Arbeitskollegen sind auf jeden Fall schon zu Freunden geworden. Wir machen auch privat was. Also wir treffen uns ja so oder nach der Arbeit sitzen wir uns zusammen und reden über alles, egal ob das jetzt arbeitsmäßig ist oder nicht. Komm auch du in unser Team.